ich begrüße sie hallo lieber euer jackpot freunde schauen wir uns mal die gezogenen zahlen zunächst einmal an und zwar wir haben die 11 23 37 38 und die 44 wir suchen uns wie immer hier auf der linie 24 verschiedene zahlen aus und zwar am besten nach lauf der kreuze was auch immer diese schreiben wir uns hintereinander nicht sortiert einfach hier auf der leiste auf man sieht zum beispiel 1 3 6 ja 18 das kann man ja einfach nicht sortiert aufschreiben dann müssen wir die zahlen auf unsere 9er mini vollsystem und zwar nach zufall sortieren je nachdem wie ihr das auch machen wollt das spielt keine rolle hauptsache die zahlen kommen per zufall hier zustande wir müssen die leiste hier sowie das stück hier besetzen auf jeden fall und ich werde euch mal so ein system vormachen einfach kopieren ja und ja rein setzen das ganze habe ich für euch weiter ergänzt jetzt müssen wir die zahlen natürlich unsere lotoschein zu ordnen immer mit zwei zahlen übereinander anfangen ja und am besten noch mal zwei zahlen untereinander und das kann man zufolge auf neun linien weiter fortsetzen als eurozahl habe ich mich für 1456 und die zehn entschieden diese werden wir genauso auch systematisch hier übertragen ihr wisst ihr ab märz 2022 werden zwei neue euro zahlen hier folgen das bedeutet es wird schwierig hier nach system zu spielen weil wir zwei weitere euro zahlen haben werden die uns sozusagen stören werden aber gut man muss halt ein bisschen präziser arbeiten und vielleicht können wir trotzdem das ganze lösen so jetzt müssen wir das ganze kopieren und einfach hier rüber schieben wir haben hier ein fertiges lotoschein auf neun linien man kann ja drauf spielen und zufolge auch sein glück versuchen als eurozahl wie bereits angekündigt 1 4 5 6 und 10 man muss sich einfach nach lauf der grafen orientieren und einfach gucken wo könnte das ganze zuschlagen zum beispiel wir haben hier die 8 die 8 könnte hier eventuell auf 6 einschlagen die 8 könnte eventuell halt hier auch auf 4 einschlagen hier oben zum beispiel könnte die 7 auf 1 einschlagen und so weiter ich hoffe das video hat euch geholfen bitte das geht nicht verzocken tut euch in gruppen zusammen alles gute und bis bald